Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Wir sind hier auf dem Forschungscampus in Garching und es ist ein besonderer Tag, der Tag der offenen Tür. Hier gibt es unheimlich viele Institutionen. Es gibt sogar einen Nobelpreisträger, Theodor Hensch. Der ist am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Das befindet sich auch hier auf dem Campus. Und es ist vor allem der Campus der Technischen Universität München. Die Ludwig-Maximilians-Universität hat hier auch Institutionen. Und wir haben viele Max-Planck-Institute, die Europäische Südsternwarte. Und der eigentliche Grund, weshalb wir diesen Forschungscampus hier draußen im Norden von München haben, ist der Forschungsreaktor. Dieser hier. Das sogenannte Reaktorei. Es ist kein Kernreaktor, der benutzt wird, um Energie zu erzeugen. Es ist ein Forschungsreaktor, der Neutronen produziert. Und dieses Gerät wurde 1957 hier auf dem Campus eingeweiht und war das allererste Objekt auf dem Forschungscampus. Danach folgte 1960 das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Es macht also wirklich Spaß, hier auch mal eine Führung zu machen, hierher zu kommen. Und besonders spannend wird es dann im nächsten Jahr. Denn wir werden am 27. April 2018 hier die Eröffnung haben von einem neuen Besucherzentrum und Planetarium. Nämlich die ESO Supernova. Gehört also zur ESO, der Europäischen Südsternwarte. Die hat hier auch die Headquarters, eine Einrichtung, die von 17 Mitgliedstaaten gefördert wird. Deutschland ist da auch ein großer Geldgeber. Und es geht letzten Endes um Astronomie auf der Südhalbkugel. Institutionen, die also Teleskope baut. Das Verve Large Telescope ist ja sehr bekannt. La SIA in Chile. Man baut also in Südamerika, in der Atacama-Wüste Teleskope auf, um letzten Endes den Himmel zu beobachten. Das neue Großprojekt der ESO ist übrigens das European Extreme Large Telescope mit fast 40 Metern Spiegeldurchmesser. Und das ist gerade ein ganz spannendes Projekt, wo die ESO-Astronomen natürlich daran arbeiten. Was auch eingeweiht wurde, ist ALMA. Hatten wir auch schon bei Urknall, Weltall und das Leben. Das Atacama Large Millimeter Array. Eine Einrichtung von mehreren Radioantennen, die auch in Chile auf dem Chachnator-Plateau aufgebaut wurden. Und mit dem man zum Beispiel gerade sich bildende Sonnensysteme anschauen kann. Im Submillimeter- und Millimeterbereich, also Radiowellen. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute uns den ganzen Tag herumtreiben werden. Wir gucken uns dann verschiedene Aktivitäten bei den Institutionen an. Wir werden leider nicht alles zeigen können, denke ich mal. Dafür ist der Tag dann eben doch zu turbulent. Aber kommen Sie doch einfach mal mit und wir schauen uns zusammen. Wir sind genau hier jetzt auf dem Forschungscampus und hinter uns befindet sich die ESO Supernova. Ein neues Planetarium und Besucherzentrum, das am 27. April 2018 eröffnen wird. Wir schauen uns das nochmal ganz genau an und werden einen Blick in das Gebäude werfen. Wir sind jetzt hier im Planetarium der ESO Supernova. Das Spannende ist, es sind zwei riesengroße Kugeln, die das Gebäude bilden. Letzten Endes genau das, was wir gerade jetzt gesehen hatten, was in den Medien war. Nämlich zwei Neutronensterne, die sich umkreisen, miteinander verschmelzen. Genau dieser Situation ist dieses Gebäude nachempfunden. Und wir sehen jetzt hier eine Kugel. Das ist ein geneigtes Planetarium. Und eine weitere Kugel ist ein großer Ausstellungsbereich, wo man dann sehr große Ausstellungsstücke sehen wird von der ESO. Hier wird es also ganz schön rund gehen dann 2018 auf dem ganzen Campus hier. Und mehr Leute werden natürlich dann hierher strömen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier filmen dürfen, um einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie das Ganze aussieht. Ja, ich freue mich sehr, dass ich Lars Linkberg-Christensen begrüßen darf. Er ist der Leiter der Public Outreach-Abteilung von der ESO. Und er nimmt sich ein bisschen Zeit für uns, dass wir hier einen Einblick bekommen in die ESO Supernova. Lars, kannst du uns noch ein paar Fakten sagen über das Gebäude und auch über das Planetarium? Ja, das ist ein ganz uniques Gebäude hier. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Das ist ein Geschenk von der Klaus-Tierer-Stiftung. Und es hat eine 14 Meter Kuppel, das Planetarium hier. Das Gebäude selbst ungefähr 5.500 Quadratmeter. Wir haben mehr als 2.000 Quadratmeter Ausstellung. Das ist auch sehr schön. Das heißt, wir können eine schöne Ausstellung über Astronomie machen und dazu auch eine so immersive 360-Grad-Erlebnisse in der Planetarium geben. Okay, was genau wird man in der Ausstellung sehen? Habt ihr dann große Teleskopteile, die ihr da zeigen werdet? Wir haben eigentlich alles, was gibt es von der Erde selbst, Mond, Sonne, Sternen. Natürlich was über ESO und die Teleskope, die Detektoren, die zukünftigen Teleskope, über Galaxien, Kosmologie und dann 100 Wege, wie man im Weltall stirbt. Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Und das werden wir also ab dem 27. April 2018 erleben dürfen? Das ist genau richtig. Das ist in ungefähr einem halben Jahr geht es los hier. Und es kostet keinen Eintritt? Kostet keinen Eintritt. Das ist natürlich super. Man muss nur voraus reservieren und dann geht es los. Prima, wunderbar. Und im Planetarium wird es dann Vorträge und Shows geben, nehme ich an? Viele Shows gibt es und es gibt viele Unterrichtsshows auch für Kinder, für Schulklassen. Und einmal der Woche ungefähr wird es irgendwie ein Vortrag oder vielleicht eine Musikveranstaltung. Irgendwas Schönes, wo man auch das Weltraum erleben kann und nicht nur über Fakten und Astronomie lernen. Sehr schön. Ja, dann freuen wir uns sehr drauf. Vielen Dank, Lars, dass du uns da eingeführt hast und ein bisschen Zeit genommen hast. So, wir sitzen jetzt hier im Kontrollbereich mit Max Rösner und das sieht natürlich sehr abenteuerlich aus. Max, was genau machst du hier? Ich bin hier bei der ESO in diesem Projekt zuständig für das Planetarium-System, also aus der Kuppel, ein Planetarium zu machen. Das umfasst eine ganze Menge Dinge, die man da machen muss. Man muss Rechner entsprechend einrichten, man muss das Universum auf die Festplatte bringen sozusagen. Und man muss natürlich auch Gedanken darüber machen, wie bringt man das den Besuchern rüber? Wie kann man das inhaltlich aufarbeiten, dass Besucher es verstehen können und etwas dabei lernen können? Wofür genau sind die vielen Knöpfe da? Ist das eher so selbstablaufend hier oder musst du ständig eingreifen und steuern? Wir haben uns viel überlegt, wie wir uns abgrenzen können zu Hollywood. Wir möchten hier keine Hollywood-Produktion machen, das kann Hollywood besser. Wir möchten in Interaktion treten mit den Besuchern, möchten den Besuchern was zeigen, was erklären. Somit wird hier der Besucher eben jetzt nicht in den Genuss eines Videofilms kommen, mit dem Vorführer wird er interagieren. Und deswegen muss es dann hier schon nötig, entsprechend dann eben hier auch das System zu manipulieren und so wie sich die Vorführung eben fortsetzt, dann eben hier entsprechend zu reagieren. Bei den Shows wird es natürlich die klassischen Planetarium-Shows gehen, das heißt man sieht die Sternenbilder, den Sternenhimmel. Was noch möchtet ihr den Leuten zeigen? Der Sternenhimmel ist so das Klassische, was man im Planetarium kennt, Sternbilder, Sternfiguren und so weiter. Aber das Weltall ist größer als nur diesen Blick von Erdboden an den Himmel. Wir werden hier in der Lage sein, durchs Weltall zu fliegen. Wenn ein Besucher einen bestimmten Wunsch hat, zum Mars, zum Jupiter oder sonst wo hin zu fliegen, können wir das hier auf der Schnelle, aus dem Standstehgreif realisieren. Super Max, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass es dann bald losgeht und viel Spaß an den Knöpfen. Wir hatten einen exklusiven Einblick in die ESO-Supernova. Eine der großen Kugeln ist ja ein Ausstellungsbereich und man startet dann, dass man schraubenförmig um diese Kugel herumläuft und man begegnet dann zwölf verschiedenen Themen der Astronomie auf einer Gesamtfläche von 2200 Quadratmetern. Außerdem gibt es einen News-Bereich, wo dann aktuelle Themen der Astronomie gesondert vorgestellt werden. Bevor ich jetzt aber hier noch lang herumrede, zeige ich euch jetzt mal ein paar Impressionen. Hier sieht man den Ausstellungsbereich der ESO-Supernova. Hinten rechts die Kugel zu sehen und selbst die Mitarbeiter hier auf dem Campus haben noch nie hier Zutritt gehabt, um sich das anzuschauen. Also tolle Geschichte. Jetzt stehen wir genau in der Kugel drin. Die geht also über mehrere Stockwerke und wir sehen an den Wänden die wunderschönen Paneele von dem gesamten Himmel, den wir von der Erde aus sehen können, Süd- und Nordhimmel. Wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man vielleicht auch das ein oder andere Sternbild, das Zentrum der Milchstraße, die große und die kleine Magellanische Wolke, die Andromeda-Galaxie, die Plejaden, also alles wunderbar wiederzuerkennen. Und man sieht auch, es gibt Balkone. Diese Balkone können genutzt werden. Da sollen kleine Teleskope draufgestellt werden. Und dann kann man wirklich auf den Himmel drauf gucken und kann Jagd machen auf Sternbilder und auf Objekte des Himmels. Es gibt in dem Ausstellungsbereich an der Decke der Kugel eine besondere Glaskuppel. Wenn man da genau hinschaut, sieht man so komische Dreiecke. Das ist nicht etwa zufällig angeordnet. Das ist von einem italienischen Designer hergestellt worden. Man kann hier Sternbilder sichtbar machen durch Leuchteffekte und sogar die Sterne angepasst an die wirklichen Helligkeiten abstimmen, sodass man diese Sternbilder auch wiedererkennen kann. Und jedes Mal kann man ein unterschiedliches Sternbild einstellen. Sieht also ganz toll aus. Direkt unterm Dach in den heiligen Hallen der ESO Supernova gibt es dann hier einen Seminarraum. Hier werden zum Beispiel dann Lehrerfortbildungen stattfinden. 140 Teilnehmer könnten da Platz finden. Und es gibt außerdem die Möglichkeit, den Raum zu teilen, um dann eben separate Workshops parallel zu veranstalten. Außerdem haben wir oben in dem Bereich, wo man rausgehen kann, einen wunderschönen Überblick über Garching und den Campus. Hier kann man mit kleinen Teleskopen dann den Himmel über Garching beobachten. Wir sind hier jetzt bei der ESO der Europäischen Südsternwarte. Und es ist direkt hier dieser neue Gebäudekomplex, der vor wenigen Jahren hier eröffnet hat. Direkt neben uns gelegen die ESO Integrationshalle. Eine riesengroße Halle, wo also viele Teleskope der ESO vorbereitet werden. Man hat richtig Platz, um die großen Teleskope da zu montieren, Teleskopteile, eben Spiegel zum Beispiel vorzubereiten. Und weil so ein Spiegel sehr empfindlich ist, läuft es auch alles unter Reinraumbedingungen. Wir haben sogar die Reinraumklasse ISO 8 für alle Techniknerds, die da erfüllt sein muss. Also Überschuhe, Schutzanzug, damit dann wirklich da nicht so viel Verunreinigungen reinkommen und die Spiegel dann verunreiten. Wir stehen hier in einem der Spiegelsegmente, die bei dem European Extremely Large Telescope eingebaut werden. Hier sieht man, das ist schon recht beeindruckend, da würde der Hobbyastronom sagen, nicht schlecht, wenn ich einen Spiegel hätte, der so groß ist. Aber es werden 800 dieser Segmente auf eine Hexagonform letzten Endes aufgebaut. Andreas, hier, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Das wird natürlich auf einer Ringform aufgebaut, diese 800 Hexagonelemente. Was dann eben ein riesengroßes Spiegelteleskop synthetisiert, was also aus vielen kleinen Puzzleteilen dieser Art besteht. Und dieses Teleskop wird fast 40 Meter Durchmesser haben und steht in Chile. Und weil man eben sehr erfinderisch war, in Chile steht schon das Very Large Telescope, hat man jetzt das Extremely Large Telescope, dort, was gerade aufgebaut wird. Wir schauen uns jetzt mal das an, wie eine Infrarotkamera funktioniert. So sehe ich normalerweise aus. Und im Infrarot sehe ich so aus. Hier, schöne warme Hände. Und ich habe mir außerdem ein Clowns-Gesicht gewünscht. Das kriege ich jetzt hier auf den Bauch geföhnt. Hey! Hallo! Vielen Dank! Super, perfekt! Wir stehen hier vor dem Max-Planck-Institut für Astrophysik, MPA in Garching. Nochmal ein Spitzenforschungsinstitut. Hier sind die Schwerpunkte eher in der Theorie gelagert. Vor allem die Kosmologie, Hintergrundstrahlung, Entwicklung von Galaxien, aber auch Entwicklung von Sternen, Supernova-Explosionen und jetzt eben das ganz heiße Thema mit Gravitationswellen. Auch hier waren die Forscher stark involviert. Wir haben das MPA hier direkt vor Ort und haben uns ein bisschen umgeschaut. Es gibt ein aufblasbares Planetarium, es gibt ein echtes Teleskop, 60 Zentimeter Durchmesser hat der Spiegel auf dem Dach und außerdem natürlich ein buntes Kinderprogramm. Das schauen wir uns natürlich genauer an. Ja, freut mich sehr, dass wir hier einen absoluten Experten haben zum Thema Verschmelzung von Neutronensternen. Das war ja das Ereignis jetzt im Oktober 2017. Zwei Neutronensterne, die miteinander verschmolzen sind und er war einer der Ersten zusammen mit Max Rofert, die das 1996 simuliert haben, auf einem Computer mit der gesamten Mikrophysik. Professor Dr. Hans-Thomas Janka steht neben mir vom Max-Planck-Institut für Astrophysik. Und ja, Thomas, erzähl uns doch mal, wie war das eigentlich bei dir damals, als ihr das simuliert habt? Ja, das war damals noch ein sehr esoterisches Gebiet. Da gab es nur ein paar Jahre vorher Spekulation, dass Neutronensterne miteinander kollidieren würden und dabei auch interessante Astrophysik passiert. Und wir hatten Anfang der 90er Jahre damals begonnen mit dem Projekt. Das war, bevor ich nach Chicago gegangen bin, hatten Max Ruffert und ich dieses Projekt begonnen. Also die ersten Ergebnisse gab es sogar schon 1993, allerdings noch nicht fertig für eine Publikation. Und dann wurde das auch verzögert, dadurch, dass ich in Chicago war. Max Ruffert war noch hier in Garching. Und wir kamen dann 1995 wieder zusammen und haben dann dieses Projekt zu Ende gebracht. Und das erste Mal damals wirkliche Simulationen dieses Verschmelzungsereignisses, Kollisionsereignisses zweier Neutronensterne mit der gesamten Mikrophysik berechnet. Also mit den Neutrinos, die dabei erzeugt werden, mit der Gravitationswellenabstrahlung, mit den entsprechenden Beschreibungen für die dichte Neutronensternmaterie. Und diese Ergebnisse sind damals, haben sehr viel Beachtung gefunden. Das, was gefehlt hat und was erst in den Nachfolgejahrzehnten dann passiert ist, war die Hinzunahme voll relativistischer einsteinischer Theorie. Am 17. August 2017 wurde ja das Signal gemessen, erstmalig auch elektromagnetisch. Also es gab rund 70 Observatorien, die da drauf gehalten haben. Was ging da in dir vor, als du das gehört hattest, dass das gelungen ist? Boah, wieso jetzt und warum schon so früh? Also ich habe schon sehr früh gehört davon. Also am nächsten Tag schon haben mir unsere Astronomkollegen davon berichtet, dass sie eigentlich seit 5 Uhr nachmittags nicht mehr schlafen konnten und also keine Nachtruhe hatten, weil die Daten reinkamen und weil die Observatorien natürlich alle jetzt auf dieses Ereignis ausgerichtet wurden. Ich habe gesagt, warum jetzt, warum noch nicht zwei Jahre später, wie eigentlich vermutet. Also ich hätte jede Wette eingegangen, dass 2019 das passieren wird, wenn LIGO in seiner endgültigen Ausbaustufe ist. Aber dass wir zwei Jahre früher so ein Ereignis haben, war nicht erwartet und auch nicht unbedingt erwünscht worden, weil man natürlich immer sehr viel zu tun hat und der Sommer war auch anders geplant, als er dann weitergelaufen ist. Man hat es ja gemerkt, sogar die Tagesschau hat darüber berichtet, über Astronomie. Das heißt dann schon, wie beeinflusst jetzt das deine persönliche Forschung im Weiteren? Also gibt es da schon Ergebnisse, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt ansetzen? Ja, wir haben natürlich mit solchen Simulationen, die wir treiben, nicht jetzt diese Kurzfristigkeit, dass wir alles umwerfen müssen oder können. Natürlich wird dieses Ereignis jetzt weitere Anregungen bringen. Was wir uns anschauen müssen, natürlich ist mehr die Neutrinophysik, die auch dann zur Elemententstehung beiträgt, weil die Neutrinos in diesem Material sehr stark wechselwirken und die Bedingungen für die Elemententstehung um den Neutronenstern, der dann die Kilonova, eben das Material mit den Elementen macht die Kilonova. Das wird sehr interessante Physik sein. Wir haben schon eine Publikation jetzt auch nicht mit dem Ereignis selbst. Wir waren nicht bei den Beobachtungsgruppen beteiligt. Ich bin ein Theoretiker, bin auch ganz froh gewesen, aus dem Trubel nicht direkt, von dem Trubel nicht direkt beleckt zu werden, weil ehrlich gesagt, wir haben unsere Arbeit vorher gemacht. Wir haben alles vorhergesagt und jetzt sollen die Beobachter aufräumen. Nun, was wir schon gemacht haben, ist jetzt die Daten zu nehmen und Eigenschaften von Neutronensternen einzugrenzen. Wir haben also jetzt eine Untergrenze setzen können für den Radius von Neutronensternen mit 1,6 Sonnenmassen. Der Radius muss mindestens 10,5 Kilometer sein. Und die maximale Neutronensternmasse eines Neutronensterns wird einen Radius von mindestens 9,5 Kilometern haben. Also solche Dinge, die jetzt möglich werden durch weitere Daten, durch die Verbesserung der Kilonova, das werden wir in Zukunft betreiben, Schlussfolgerungen ziehen, aus dem Ereignis weitere Theorie zu lernen. Was ich total spannend fand, man weiß ja nicht genau, was da entstanden ist für ein Endobjekt. Ist es ein schwerer Neutronenstern oder ein leichter schwarzes Loch? Das ist definitiv unbeantwortet in der Hinsicht, dass halt dieser Überrest des Verschmelzungsereignisses eine Masse hat, die eben in einem Bereich ist, wo wir keine eindeutigen Aussagen der Zustandsgleichung haben. Deswegen auch die Möglichkeit über die Zustandsgleichung, also über die Materie, Eigenschaften in Neutronenstern zu lernen. Wir denken, und darauf basiert unsere Radiusbegrenzung, dass die Tatsache, dass ein Gammablitz dabei gesichtet wurde, ein sehr, sehr starker Hinweis darauf ist, dass dieser Überrest des Verschmelzungsereignisses kollabiert ist zu einem schwarzen Loch. Ich habe extrem Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie magnetisierte Neutronensterne, die sehr viel Materie auch in ihrer Umgebung verlieren, diese ultra relativistischen Jets erzeugen können, die ein Gamma-Ray-Burst hat. Deswegen bin ich ein starker Befürworter der Vorstellung. Schwarze Löcher und deren Hyperaggression macht dann den Gamma-Blitz. Das ganze Ereignis hat ja auch eine Relevanz für uns auf der Erde, denn die chemischen Elemente werden dabei produziert, vor allem die schweren chemischen Elemente. Wie sind da die Verhältnisse? Also ist das 50 Prozent, was aus solchen Ereignissen kommt, von Neutronensternen? Ja, pauschal gesagt ja. Also die Elemente jenseits von Eisen, die schwerer sind als Eisen, diese Elemente können ja in Kernfusionsreaktionen nicht entstehen. Und es gibt zwei Prozesse, die wir schon seit den 1950er Jahren kennen, waren eine Nobelpreisbedachte Arbeit von einem amerikanischen Forscherteam, dass es zwei Prozesse sind, die für diese Elemente schwerer als Eisen verantwortlich sind. In der Entstehung nämlich der langsame Neutroneneinfangprozess, den nennen wir S-Prozess, und der schnelle Neutroneneinfangprozess, R-Prozess. Und die Elemente wie Gold und wie Uran, die Elemente wie Platin, müssen durch den schnellen Neutroneneinfangprozess passieren. Und wo der stattfindet, wussten wir bis zum 17. August 2017 nicht. Dafür haben wir jetzt das erste Mal definitive Hinweise aus dieser Beobachtung. Prima. Vielen Dank, Thomas. Ja, gern geschehen. Freut mich für das Interesse. Dankeschön. Danke. Super. Ja, hier geht es stressig weiter. Ich habe jetzt hier einen Vortrag, also Mikrowechsel. Wir sind jetzt hier beim Max-Planck-Institut für Astrophysik auf dem Dach. Und wie es sich gehört bei Astronomen, gibt es da auch auf dem Dach was zu sehen. Hier im Hintergrund ist nämlich ein Dom, eine kleine Kuppel, wo man ein 60 cm Spiegelteleskop eingebaut hat. Das wird benutzt, um Leute auszubilden. Es wurde sogar ein bisschen Wissenschaft damit gemacht. Man hat weiße Zwerge damit beobachtet. Also hier wird natürlich auch Wissenschaft gemacht, vor allem in der theoretischen Astrophysik. Hier wird simuliert am Max-Planck-Institut für Astrophysik. Und wir haben am Tag der offenen Tür relativ viele Programmen. Es gibt ein Kinderprogramm, es gibt hier Besichtigungen beim Teleskop. Und man kann außerdem ein aufblasbares Planetarium besuchen. Das klingt abgefahren, ist es mit Sicherheit auch. Es ist ein ganz normales Planetarium. Von innen wird gefilmt, projiziert. Man muss reinkriechen, wie in so eine Höhle. Also sehr abenteuerlich, aber natürlich für die Kinder hier wunderbar. Wir stehen jetzt hier direkt vor dem Gebäude Galileo. Es geht also hier richtig rund im Forschungscampus in Garching, denn es werden hier viele neue Gebäude gebaut. Und das wahrscheinlich größte von allen wird Galileo sein, direkt hinter mir. Es wird dafür sorgen, dass normale Menschen, in Anführungsstrichen, nicht nur Studenten und Wissenschaftler hier auf den Campus kommen. Denn in diesem Gebäude wird es einen Supermarkt geben, ein Fitnesszentrum, Hotelzimmer. Aber man wird vor allem auch einen sehr großen Hörsaal haben, ein Auditorium, was dann der TU München gehören wird. Der größte Hörsaal Oberbayerns. Und der wird genutzt dann für Konferenzen oder auch natürlich für Kinoereignisse und natürlich für Musik-Events. Also wir freuen uns dann natürlich, viel mehr Leute hier auf dem Campus begrüßen zu dürfen. Der Campus wurde ja in den 60er Jahren, Ende der 50er Jahre aufgebaut. Man sieht auch leider nicht mehr das Reaktorei, was sich hier befindet. Ein Forschungsreaktor, der FHM1, wurde 1957 hier aufgebaut. Und danach kamen immer mehr Institutionen dazu. Ab 1960 war dann das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik hier. Und seither wird dieser Campus immer mehr erweitert. Wir sind also hier genau im Norden von München. Und noch weiter hinter mir befindet sich letzten Endes dann die Isar. Das ist also ein optimales Einzugsgebiet. Und wenn Sie es zur Allianz Arena fahren wollen, ist es auch nicht weit von hier. Wir sind jetzt am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik MPE in Garching. Und man sieht hier wunderbar, wie sich das Institut in den Jahrzehnten entwickelt hat. Hier geht es los 1963, wo wir nur im Wesentlichen eine kleine Baracke haben. Und dann kamen immer weitere Teile vom Institut dazu. Es geht ja um Weltraumastrophysik. Es werden vor allen Dingen Satelliten entwickelt, Bauteile für Satelliten. Und deshalb gibt es auch ein Halbleiterlabor, was dann ab 2000 aufgebaut wurde. Und Sie sehen auch den neuen Gebäudeteil, der dann 2000 dazu kam, ein größerer Glasbau. Und hier sehen Sie letzten Endes, wie das Institut sich weiterentwickelt hat. Am MPE wird das Eis nicht irgendwie gemacht, sondern natürlich mit flüssigem Stickstoff. Bei fast minus 270 Grad Celsius kommt er gerade herausgelaufen und eignet sich hervorragend, um leckeres Eis herzustellen. Hier wird ein Unterdruck erzeugt, sodass der Schokokuss gigantischer Ausmaße annimmt und danach in sich zusammenfällt. Hey! Teile Bad God 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 God